Weil ich nicht so behindert bin, wie du denkst. Alter, raus, geh ich raus! Ohne schnell jetzt was geht mit dir, ey. Und dann hast du was essen die ganze Zeit, dann kaufst du die ganze Zeit mir einen vor da, weißt du? Mit deinem scheiß Hühnchen. Und im Endeffekt, Junge, hast du mich einfach nur verarscht, Mann. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kanal auf meinem... Neuem Kanal auf meinem Video. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wird getrollt. Und zwar der D-Tracks und der Melon, beziehungsweise der Sandronic. Der hat ja seinen Kanal gewechselt. Und ja, zum Sandronic muss ich noch was sagen. Und zwar habe ich ihm gesagt, ich mache ein ernstes Interview auf meinem Kanal. Ja, natürlich, mein Kanal ist ja auch so ernst, oder? Ja, und in diesem Video werden wir diese zwei Leute einfach mal ganz, ganz gediegen verarschen. Und ich würde sagen, wenn euch das ganze gefällt, würde ich euch über eine Posi werden, Freunde. Aber ich habe es ja noch nicht gesehen. Dann würde ich sagen, Hallihallo zum nächsten Mal. Ich bin jetzt erst mal raus und genieß das Video. Jo, was geht's? Machen wir das dann auch zusammen, oder machst du das alleine? Äh, ja, wahrscheinlich zusammen, ja. So, ich bin jetzt auf dem Server. Bist du auch schon drauf? Äh, ne, noch nicht, ne. Okay. So, ich sollte jetzt eigentlich drauf sein. Sollte jetzt eigentlich auch drauf sein. Gut. Hast du gemacht, oder was? Ja, hab ich gemacht. Nichts, Mann. Echt nicht? Nee. Versuch du mich mal einzuladen. Äh, jo, warte. So. Nö. Warte mal. Warte mal. Ich weiß nicht, vielleicht hast du zu lange gewartet. Vielleicht muss man das extrem schnell machen. Mach doch mal. Ich glaube, ich war noch in der Party. Okay, warte. So. Ich hab nichts gekriegt, ey. Digga, willst du... Will uns Gommel hier verarschen, oder was? Was ist denn nun los, ey? Bist du noch in der Party? Vielleicht mach mal Party-Leave? Hast du das gekriegt? Nee. Hä? Dann sind wir mich jetzt verarschen, ey. Was ist denn? Was ist das hier los, Mann? Was ist für ein Gommel, Mann? Komm, ein kleiner Fakt am Rande, Digga. Ich hab nur Unterhosen an. Hä? War euch doch nichts zu essen. Was ist denn los? Ich hab dir noch ein Steak gegeben. Was machst du da, Mann? Ich suche Essen. Achso. Junge, ich hab dir vorhin... Ich hab auch nichts mehr am Start. Ich hab Hunger. Bist halt einfach nur... Einfach nur Scheiße, Mann. Ja, ist so. Ich bin einfach Scheiße, Mann. Was bild ich mir eigentlich ein, hier so YouTube zu machen, weißt du? Das weiß ich eigentlich auch nicht, ne? Ja, Mann. So ein Lenz, weißt du? Oh mein Gott, es sind alle hier unten! Oh mein Gott! Nein! Nein! Ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen! Ich hab noch einen zweiten! Gib ihm, gib ihm! Was ist denn das? Wir haben hier alle gemerkt! Ist ein Bogen drin. Ich hab einfach nichts zu essen. Was ist los? Ich hab einfach nie was zu essen, irgendwie. Du hast, Mams, bei mir gerade ununterbrochen Hühnchen. Hä? Ja. Ohne Witz? Ah ja, ohne Scheiß, hm? Junge, hör auf, Hühnchen zu essen jetzt, Mann! Hä? Ess dich wirklich die ganze Zeit Hühnchen? Ja, du hast 24,7 Hühnchen bei mir, Mann! Ohne Scheiß! Und ich aber einfach gar nicht, gleich nicht mehr rennen. Du bist offline bei mir. Offline? Ja, bei mir bist du halt offline gezeigt. Was ist denn los heute, ey? Leute, komm mal Filz, Junge, komm mal Filz! Ich hab noch mal wirklich ein bisschen komisch, ja? Kein Plan. Ja, es ist so. Kein Plan. Ja, kein Plan, was da, was da los war ich. Weiß ich auch nicht, das war ein bisschen... Aber du bist nicht irgendwie komisch drauf oder so, ne? Bei dir läuft alles direkt klar, ja? Ja, ja. Oh. Hast du Anleitung gekommen? Äh, Anleitung? An, äh, ähm, Einladung. Äh, ne, hab ich nicht... Ich hab nicht gekriegt, Mann. Ich dachte schon wieder los. Warum hast du... Ich hab dir Einladung geschickt, ja. Ach, warte mal. Heute ist der Wurm drin, Mann. Heute ist... Ja, ich sag's, ja. Bald rastest du aus, Mann. Bald rastest du aus, Mann. Bald rastest du aus! Ha! Du hast bereits eine Einladung bekommen. Ich? Ja. Hä? Ja, ja, jetzt hab ich bekommen. Sehr gut. Oh! Machen wir mal... Highways. Ne, mach wir mal. Ich hab was aussehen. Ich hab's aussehen noch falsch gekriegt. Ha! Das ist abgelehnt. Das ist auch schon übel slack, ey. Fuck, Mann. Slack des Todes, gerade. Ja, ja. Ich hab immer diese Mikro-Lacks irgendwie. Ich muss das nochmal... Och, Mann. Ach, komm schon, ey. Digga, heute ist da wirklich der Wurm drin. Ja, Mann. So, wenn wir zusammen so spielen, ist... Ich weiß nicht, du bist halt einfach nicht so super gut im PvP, ne? Ne, ich bin halt nicht so der Mega-Pvp-Spieler, ne? Da muss ich halt... Ja gut, die eine Runde eben ging eigentlich voll durch, ey. Ja, da war... Ja, das war nicht schlecht, ja. Na gut, da hab ich auch viel von der Arbeit abgenommen. Ja, stimmt. Du musst halt irgendwie sehen, dass ich halt mal ohne Scheiß... Ich muss halt so... Oh, ich bin rausgeflogen. Du bist rausgeflogen. Ja, was soll das, Mann? Oh, du warst so... Anders drauf, so. So anders drauf? Ja, ja, eigentlich schon, ne? Äh... Ja, kein Plan, du bist halt auch... wirklich einfach nicht der Beste im PvP, sagst. Ja, das ist echt so. Du bist... Also, du bist... ... auf jeden Fall nicht der Erste, der sagt, ey. Schon so oft gehört, aber... Naja. Auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit vor dir, ne? Ja, auf jeden Fall, Mann, auf jeden Fall. Muss ich definitiv noch viel üben. Das mit denen, äh, anders sein hab ich nicht ganz... Meinst du jetzt in der positiven Richtung oder einfach nur so anders irgendwie? Äh, ne, so... Keine Ahnung, mehr in den negativen, so. Kein Plan, warum? Heute warst du so... Keine Ahnung, so... Komisch drauf, manchmal so gereizt und so. Achso, ne, alles gut. Alles gut. Ah, dann ist gut, ja. Hab ich gar nicht gemerkt. Nicht? Ne, normalerweise bin ich eigentlich immer so... Ganz gechillt, so, ja. Ja, normal... Normalerweise geht mir das halt am Arsch vorbei. So, D-Tracks, ich muss dir was sagen, Alter. Ich muss dir was sagen. Okay, auch raus. Alter, ich hab jetzt die... Ungefähr auch die ganze Zeit so aufgenommen, ne? Ja. Ich hab's ein bisschen einfach extra so ein bisschen blöd getan. Hast du das gemerkt, oder? Oder nicht? Ich, ich, ich wollte das, äh... Alter, am, 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 am Dings hab ich das bemerkt. Als du... Das mit der Party, das hab ich so gedacht, Alter. Das kann ja nicht sein, oder? Ja, Junge, das hast du an Absicht ge... Du bist ein Arsch, Alter. Hat diese blöden Sachen so rausgehauen von... eben von wegen, du bist heute komisch drauf und so. Und, und auch diese PvP tut, dass du schlecht bist und dass es nicht mit uns funktioniert. Und du bist einfach, du bist einfach ganz gechillt geblieben. Du bist richtig... Du bist extrem krass. Junge, was ist mit dir los? Aber das lag ich auf jeden Fall wahrscheinlich hoch, Mann. Das muss ich dann... Echt jetzt? Ja, ich glaub schon, ja. Also im Inneren dachte ich mir, ohne Scheiß, Alter, Junge, was macht der denn, Mann? Was ist mit ihm los, ey? Heute hast du dir gedacht, Digga, was ist los mit Pumpkin, Mann? Oder was? Ja, ich dachte, Alter, ohne Scheiß, was geht mit dir, ey? Und dann hast du was essen die ganze Zeit, dann kaufst du die ganze Zeit mit mir einen vor, weißt du? Mit deinem scheiß Hühnchen. Und im Endeffekt, Junge, hast du mich einfach nur verarscht, Mann. Der Gast ist der... Der... Zendronic! Ah, ja, hi. Ah, scheiße, mein Nadel. Okay, klang jetzt ein bisschen schwuler. Bist du auch, Mann? Ich wollte halt keinen Minecraft-Channel. Und deswegen hab ich jetzt halt gedacht, ich mag einen neuen Channel. Bei diesem neuen Channel wird kein Minecraft mehr kommen. Vielleicht ein-, zweimal ein bisschen Minecraft, aber eigentlich... größtenteils versuche ich eigentlich Minecraft zu vermeiden auf dem neuen Channel und halt eher so auf die AAA-Titel oder halt solches Zeugs auszuweichen. Oder auch End-Titeln oder so. Ja, aber auf dem alten Kanal, äh... Wie erklärst du, dass das da nicht gelaufen ist? Aber es ist einfach... Ja, klar, da bin ich eindeutig selbst schuld. Die Videos waren einfach schlecht, oder was? Nein, nein, also, nee, 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 nee. Die Videos waren ja natürlich Premium. Ja, gut, gut, halt. Aber denkst du nicht, dass das auch eben halt ein bisschen an den Videos selber gelegen hat, weil... Ja. Kann schon sein, natürlich. Ist nicht jedermanns Geschmack. Aber bei mir ist halt immer so, und wir da so bleiben natürlich. Ich mache Videos, wie sie mir gefallen. Aber generell solche Videos sind halt auch nicht so... so gut. Ja, klar. Das ist... Geschmackssache. Ja, ja, aber das ist halt so ne Sparte, das ist eigentlich... Ja, ja. So komisch. Ähm... Das geht egal. Nee, nee. Weil der Melon selber bist halt... Ich bin ziemlich unkreativ, ja. Ja, also das gebe ich zu. Ich bin ziemlich unkreativ. Ja, das sieht man halt auch bei den Videos. Ja, das sieht man auch bei den Videos, ja. Ja, noch eine andere Frage. Und zwar, wie läuft's so... So, äh... Ja, mit den Frauen und so. Ohohohoho. Bei dir, deiner Zeit war's ja noch ein bisschen anders, aber... Heutzutage... Ging's, äh... Teilweise schon steil. Da hat man schon die eine andere Mal, äh... Weggeflankt. Jo! Wahrscheinlich, oder? Äh, Melon, hattest du, äh, schon mal Geschlechtsverkehr? Genau die Frage habe ich erwartet. Dann hab ich dir so gesagt, dass... Ähm, ich hab mich so Fragen gestellt und äh... Dann hab ich jetzt am Ende gesagt, ja... Das Video wird wahrscheinlich nichts, weil... Ähm, ich und Zorki, wir finden das ziemlich ununterhaltsam, was du da gesagt hast. ja okay dann sagst du ja du kannst gar nicht unterhalten und sowas soll ich sage ich war die ganze zeit und du kannst einfach gar nicht unterhalten er hat doch gerade was auf ich war die ganze zeit dabei alter was hast du da erzählt nur scheiße es war kein scheiß sandro das war wirklich nur scheiße du muss einfach sagen zum beispiel ich habe meinen abonnenten gekauft jetzt wird es wirklich ja man kann es halt einfach so nicht nicht hochladen weil wirklich nicht nicht gut gewesen oder einfach generell hat so deine videos so die sind nicht so und ja nicht so gut ich glaube du musst mit youtube aufhören würde ich nie aber muss dann noch versuchen einfach mal mal unterhalten zu sein ich meine wenn du groß rauskommen willst was ist denn da ist eigentlich los warum ich habe dich vorhin gefragt ob du dich mit grafikkarten ausgesinnt und dann hast gemeint zu abstoßen ja kenne ich mich schon aus so richtig abstoßen wollte nicht mal helfen oder so ich weiß ich jetzt auch nicht aber jetzt jetzt komm 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 ja was melden was ist los mann warum ich bin ich nicht sagen wir sind einfach nichts mehr oder was nene nene jene jetz jetzt jetzt findest du unterhaltsam wahrscheinlich ja klar so wie früher kommen die server verarschung war auch immer richtig geil wie früher kommen wir der lappenmann ich komme ja gut der hat eine millione abonnenten aber ist ja egal ne wie gefällt dir eigentlich der name zog ihr äh Zeronik waaat schon etwas von Zeronik geklaut waaat ich würd nie was etwas von einer der schlechtesten YouTuber klauen ich find Zeronik geil ok Zeronik Zeronik und ihr seid auch Schweizer ist geklaut ja da will ich sagen du bist ein Arschloch man ich hab's gesagt du bist ein Arschloch alter ich hab's trotzdem gesagt warum checkst du das alter weil ich nicht so behindert bin wie du denkst Sender John ist jämf jämf jämf